Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Arisina, ich grüße dich. Das ist dein Video und du möchtest wissen, was ist sein Plan, was hat er vor und das klären wir bei diesem Legung. Dieses Legesystem heißt auch, was ist sein Plan. Sein Gegenwart zeigt hier dieses Bild, die Kreativität und das heißt, er hat zur Zeit tolle Ideen. Er hat einen Plan, eine Vision, ein Bild davon, was er erreichen möchte. Und es malt auch aus. Seine Fantasie ist grenzenlos. Was ist sein Plan? Das zeigt hier dieses Bild. Und dieses Bild vermittelt, er zeigt das nicht. Er verbergt das hinter dieser Maske, was er vorhat. Niemand weiß das. Was ist bei ihm die Fokus? Wodrauf konzentriert er sich? Das zeigt hier diese Narr. Natürlich beschäftigt ihm das. Dieses Wort, dieser Begriff, der Narr. Er will nicht der Narr sein. Niemand will der Narr sein. Also er ist vorsichtig. Er möchte schon etwas Neues starten. Aber er hat Angst, dass er versagt, dass er ausgelacht wird und wird als Narr dargestellt. Welche Einflüsse hat er von außen? Das zeigt hier dieses Bild. Eine Dame, ein Geizhals, nicht unbedingt einladend, also keine guten Einflüsse. Und das bedeutet, ist jemand da im Hintergrund, hat einen Einfluss auf ihn, hat einen Einfluss auf sein Leben und er wird ausgenutzt. Und das weiß er ganz genau. Was ändert sich bei ihm? Dieser Meister zeigt, er befindet sich ein Prozess. Er hat schon seine Vision. Er vermittelt aber nicht. Ein Neuanfang wäre noch zu früh. Er hat auch Feinde in seiner Umgebung. Und all das muss er erst mal meistern. Und was ändert sich bei ihm? Er wird das auch meistern. Wie geht er mit dir um? Was kannst du erwarten? Was kommt entgegen? Das zeigt hier diese beiden Bäume. Und das ist eine Harmonie. Die gehören zusammen. Das ist wie eine Umarmung. Zeigt auch Freundlichkeit, Fröhlichkeit. Und was ich betonen möchte, ein Baum ist verwurzelt. Also unbeweglich. Natürlich gibt es eine gewisse Bewegung, ein Wachstum. Aber dieser feste Boden unter den Füßen ist mal sicher. Und es gibt Halt im Leben. Gleichzeitig auch die Heilung. Gibt es eine andere Dame? Ja, es gibt eine andere Dame. Und wie ist die Verbindung zwischen den beiden? Hier ist ein Zaun. Und das fühlt er auch. Einschränkungen. Und genau von diesen Einschränkungen, wo er sich in die Enge getrieben fühlt, genau da will er sich befreien. Und er hofft, dass diese Dame dafür Verständnis hat. Und wie geht er mit ihr um? Er ist erschöpft. Er will das nicht. Es ist für ihn unangenehm. Das macht ihn müde und erschöpft. Und er fühlt auch diese Grenze. Er will von diesem Kontakt sich befreien. Wie steht er zu dir? Das ist ein höherer Bewusstsein. Und das heißt, ihr habt ein Energiefeld, eine Verbindung zueinander. Ein feinstoffliches Energiefeld. Und das zeigt eine seelische Verbundenheit und auch dieses Bewusstsein. Das ist die Vollkommenheit. Und genau diese Vollkommenheit, diese Ganzheit, das, was er mit dir erlebt. Eine perfekte Partnerschaft. Und wie schaut das aus mit eurer Zukunft? Das wird intensiver sein. Es kommt einiges in Bewegung. Es kann passieren, dass er verspürt bei dir diese Stille, diese Zurückhaltung. Und das macht ihn etwas unsicher. Trotzdem spürt er, ihr gehört zusammen. Er weist diese Ganzheit, diese Vollkommenheit. Das ist ihm bewusst. Und früher oder später setzt er alles in Bewegung. Und von dieser Dame verabschiedet sich. Ich befrage jetzt mein Pendel. Sollst du aktiv sein? Etwas in Bewegung setzen? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, du sollst aktiv sein. Weil er wartet drauf, sonst ist er unsicher. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, das wäre nicht gut. Warte, bis er kommt. Wenn die Pendel stehen bleibt, heißt, lass es alles stehen. Beobachte die Geschehen und handel diplomatisch. Manchmal ist besser, etwas tun und aktiv sein. Manchmal ist besser, zurückhaltend verhalten. Sollst du aktiv sein in seiner Richtung? Die Antwort ist nein. Warte lieber, bis er entgegenkommt. Liebe Arisina, so könnte ich deine Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici. Eure Dende inches. Eure Dendera sales. Eure D�der Gute. Eure Dendervar Gute.